Ich bin einfach mit nach vorne gegangen, habe kurz entschieden mit dem Trainer, dass ich auch mit vorne reingehe. Dann stand ich einfach richtig, treffe ihn mit meinem linken Fuß. Das ist jetzt nicht mein starker, aber ich glaube, ich habe ihn trotzdem super getroffen. Ich glaube, dann haben wir einfach nur noch gejubelt. Ich musste auch kurz beim Jubeln, wo ich dann in der Traube stand, daran denken, dass das sehr ähnlich war. Aber ich glaube, den Siegtreffer zu schießen ist nochmal eine Nummer besser. Ich glaube, wir brauchten die ersten 20 Minuten, um reinzukommen. Es ist ein ekliger Gegner, ekliges Stadion. Also die Fans sind absolut unglaublich hier. Wir haben uns dagegen gestemmt und ich glaube, beide Mannschaften hatten gute Chancen. Letztendlich gewinnst du so ein Ding mit so einem ekligen Treffer in der 90. Minute. Wir sind einfach glücklich, dass wir jetzt den Sieg geholt haben. Ich als Verteidiger bin glücklich, wenn wir kein Gegentor bekommen. Das haben wir jetzt wieder geschafft, das dritte Spiel in der Liga zu Null. Und ja, jetzt vorne einfach mal das Ding gemacht. Und auch wenn der Verteidiger jetzt vorne getroffen hat, aber unsere Stürmer treffen im nächsten Spiel. Und die verteidigen auch gegen den Ball. Also wir teilen uns die Arbeit und ja, wir haben es alle super gemacht heute. Jungs! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017